Ich hatte eine relativ normale Kindheit. Schnell, wir haben nicht viel Zeit! Und Eltern, die es kaum erwarten konnten, bis sie mich aus dem Haus hatten. Du bist zu etwas Höherem berufen. Das waren große Erwartungen für jemanden, der gerade acht Tage alt war. Zufällig hatte im Glaubpunktquadranten noch eine Familie eine ganz ähnliche Idee. Das war der Tag, an dem ich in der Welt war. Das war der Tag, an dem ich Herrn Saubermann kennenlernte. Und damit die Geburtsstunde unserer glorreichen Rivalität. Unsere Kämpfe wurden schnell sehr trickreich. Jetzt bist du in meine Falle getakt. Gerechtigkeit kennt keine Falle. Manche gewann er, andere hätte ich fast gewonnen. Er nannte sich Metro Man. Meine Namenswahl fiel etwas bescheidener aus. Megamind. Der blendend aussehende Meister der Gemeinheit. Diesen Dezember. Keiner rührt sich. Alle die Hände hoch. Yeah, Metro City. Ich liebe dich, Metro Man. Ich dich auch, du normaler. Das sind die letzten Worte von Roxanne Ritchie. Hm? Keine Panik, Roxy. Ich bin nicht in Panik. Bin schon unterwegs. Oh, ich kipp vor lauter Angst gleich aus meinen Baby-Robben-Verlatsch. Deine Pläne funktionieren nie. Du bist so berechenbar. Du nennst das berechenbar? Krokodile, ja. Hatte mir auf der Herfahrt schon sowas gedacht. Bumm. Ja, die Spie-Doppel-N-E. Selbst der winzigste Biss, der Araneus-Trotikus, ruft sofort die Gelähmung auf. Nehmen Sie weg! Dreamworks Megamind. Auch in 3D. Ab 2. Dezember im Kino. Ab 2. Dezember im Kino. Ab 2. Dezember im Kino. Ab 2. Dezember im Kino.